Mit den Technolumen Wagenfeld-Leuchten stellen wir euch heute einen richtigen Design-Klassiker vor. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, jetzt schauen wir uns den vielleicht größten Design-Klassiker unter den Leuchten an, die sogenannte Wagenfeld-Leuchte. Die korrekte Bezeichnung für dieses Modell ist WA24 und für dieses WG24. Und diese Leuchte, man glaubt kaum, ist bereits 1924 von Professor Wilhelm Wagenfeld entworfen worden. Es war damals als Schüler der Weimarer Bauhausschule seine Aufgabe, eine Tischleuchte zu entwerfen, die funktional und zeitlos ist. Und diese wunderschöne Leuchte ist dabei herumgekommen. Kurz danach, das war auch mit so sein großer Wurf, avancierte er vom Schüler sogar zum Lehrer an dieser Schule. Und Technolumen darf seit 1979 diesen tollen Design-Klassiker in Lizenz fertigen. Was bedeutet das? Jede Schraube, jedes Detail an dieser Leuchte wird noch genauso gefertigt oder verwendet in derselben Güte und Qualität wie damals. Und man kauft quasi ein echtes Stück deutsche Kunstgeschichte, deutsche Designgeschichte. Und das ist das, was diese Leuchte auch weltweit so berühmt macht und ihr diesen Charme gibt und auch die große Nachfrage. Ganz klar. Ich persönlich bevorzuge, wie gesagt, diese Variante, die WA24. Tja, mein Favorit, hier steht er direkt vor mir, ist die WG24 mit Glasfuß und Glasschaft. Und das sind eigentlich auch die beiden prägnanten Dinge, die meine und deine ein bisschen unterscheiden. Du hast die ganz klassische, die erste sozusagen, die ursprüngliche Leuchte, komplett aus Metall, super edel vernickelt. Und ja, meine Glasvariante, die kam kurze Zeit später. Und ja, damit kommt ein richtig großer Durchbruch. Du siehst sie auch in allen Fachzeitschriften, in allen Fernsehserien, wenn du die Stadt bummelst, überall wirst du diese Leuchte sehen. Die Glasvariante finde ich zurecht, weil ich finde einfach diese Eleganz und die Materialien, die verwendet wurden, finde ich persönlich absolut genial. Und vor allem eben einfach auch, dass das Design eben an sich schon knapp 100 Jahre auf dem Buckel hat und dennoch so präsent ist wie am ersten Tag. Passt in topmoderne Wohnungen, in Altbauten, klassische Einrichtungen. Kannst du wirklich überall reinstellen. Deswegen definitiv mein persönlicher Favorit. Und was ich da eigentlich noch fast am wichtigsten finde, denn jede Leuchte, jede originale Leuchte, erkennt ihr auch daran, dass ihr unten eine eingravierte Seriennummer habt. Ganz, ganz wichtig, darauf ist zu achten, dann wisst ihr, es ist eine originale Leuchte. Und wie gesagt, bestellt ihr sie bei uns. Wird es auf jeden Fall eine originale, ganz klar. Zertifikat ist auch immer mit dabei. Und von daher, absoluter Designklassiker. Ja, sie ist auch sehr gefragt. Das heißt, gerne mal so ein Weihnachtsgeschenk. Wir versuchen die immer in großen Mengen für euch zu bevorraten. Aber der Tipp ist natürlich dann immer schnell sein. Sie ist sehr begehrt. Und was man vielleicht noch sagen sollte, wir haben das ja öfters mal, dass Kunden sagen, ah, ich habe so ein bisschen eine Schattierung im Schirm drin. Das liegt einfach daran, wir haben hier ein sehr, sehr dünnes, mundgeblasenes Opalglas. Und ihr solltet darauf achten, dass das verwendete Leuchtmittel kein klares Leuchtmittel, sondern ein mattiertes Leuchtmittel ist. Dann bekommt ihr diese wunderbar schöne gleichmäßige Ausleuchtung. Und ansonsten, ich finde, zu dieser Leuchte ist nichts hinzuzufügen. Sie spricht für sich selbst. Die Proportionen, die Materialien, der Charme, der ist einfach da. Man fühlt irgendwie, dass sie was Besonderes ist. Und ja, von meiner Seite aus gibt es ja gar nicht mehr so viel zu sagen. Solltet ihr aber noch Fragen haben, Produktinfos findet ihr eben in der Videobeschreibung. Den Link auf die Seite natürlich auch. Und wenn ihr da noch Fragen habt, wenn ihr was dazu wissen wollt, ruft uns an, schreibt uns eine Mail. Ich glaube, das ist mal soweit durch. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.